Hallo liebe Freunde, seid herzlich willkommen zu einem weiteren PvP-Gemetzel und zwar dieses Mal mit Leskado, hallo! Hallöchen! Und zwar handelt es sich hier um den Game-Mode Supercraft Bros, kennt schon einige, und zwar auf den von mir gestellten Public-Servern. Das heißt, es sind 20 Server, die automatisch laufen, wo ihr ganz simpel zocken könnt, einfach nur Minecraft gekauft haben, also das Originale, und schon kann man zocken. Einfach supercraftbros.de, da findet ihr die Server. Genug dazu, aber jetzt wird gemetzelt, oh yeah! Ja genau, absolut, du überhaupt. Du machst uns sowieso immer alle fertig. Das ist auch eine schöne Rangliste, ich kann gleich mal gucken, welchen Platz ich inne habe. Leider nicht den besten, ich bin nicht Platz 1 und auch nicht in den Top 100. Ich nehme mal den Ender, mein, der ist lustig. So, Moment mal, ich nehme mir diesmal, ich hoffe mal, es kommt eine gute Map für mich, ich nehme mir einfach mal den Zombie, habe ich noch nie gehabt. Wie bitte? Ich bin auf Platz 107. 107, okay. Es werden natürlich noch weitere Bugfixes hier vorgenommen und der Witter wird auch noch verstärkt, selbstverständlich. Zusätzlich wird es eine noch ausgefeiltere Statistik geben, glaube ich, und zwar, dass es die Tagesstatistik gibt, wer am Tag einfach die meisten Punkte geholt hat, etc. Kurze Frage, wieso habe ich einen Arrow, wenn ich keinen Bogen habe? Wie? Ich habe einen Arrow bekommen, habe aber keinen Bogen als Zombie. Wie heißt das, bist du? Zombie. Ja, das ist einfach nur so, just for fun. Nein! Nein! Alter! Zombie! So, weg mit, wow, Alter. Ich dachte, du fliegst bei mir so weit weg. Nee, 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 ich verstecke mich. Ich bin tot. So, gleich nochmal, komm, respawn. Achso, wenn du hier in die Mitte springst, dann wirst du auf die Insel teleportiert. Also ich einen goldenen Apfel, meiner. Habe ich mich jetzt schön gereckt, als wenn du, wie gesagt, in die Mittelinsel springst, wirst du auf die kleine Insel davor teleportiert. Okay. Alter, nur noch drei Herzen, wie viel Angriff hat denn der jetzt? Nur noch eineinhalb. Jawohl, guck mal, Creeper habe ich zum Beispiel platt gemacht mit Enderman, das geht recht gut. Okay, ich bin tot. Schon wieder, also ich spiele das erst zum fünften Mal, also bitte. Ich bin der Todespro halt, ne, was soll ich machen? Pokéball, los! Oh, ich muss das setzen, Moment. No, ich habe... Pokéball, los! ...Verteilung bekommen! Ich muss den schnell umsetzen. Oh mein Gott, oh mein Gott, laufen, oh mein Gott, laufen, oh mein Gott, laufen! Nein, lauf weg! Pokéball-Zombie, verbrenne! Ich bin ein Zombie, sag nicht zu mir, verbrenne, Junge! Lol! Das war geil, nein! Alter, ich habe doch die bessere Schaufel hier, die Knockback-2-Schaufel. Flieg da runter! Ja, ich habe einen goldenen Apfel! Nein, nein! Schon wieder tot, Alter, wie schlecht bin ich denn? Blöde Spinne, die mein Feri! Bam! Der Goldner hat wenig geheilt. Oh, ich hatte noch einen Heiltrank. Jawohl, ich habe dich gekillt, Junge. Ja, jetzt wird's, jetzt wird gerecht. Pokéball, los! Oh, Witch, die Witch! Oh mein Gott, ich muss weg. Ab in die Mitte. So, den Creeper habe ich schon mal beseitigt. Oh mein Gott, weg von der Witch, weg von der Witch, weg von der Witch. Stirb! Alter! Der Mino! Ah! Nein! Bin irgendwo gefahren! Wie er erst mal gar nicht weit weg fällt, ey. Lass mich raus hier. Ja, den Creeper habe ich wieder beseitigt. Geil, Alter, ihr habt noch ein halbes Herz! Ich kann doch nicht meine Enderbälle werfen! Du, ah, nein! Ich habe noch zweieinhalb Herzen, zwei Herzen, zweieinhalb. Oh ja, ich habe einen Imbar-Goldapfel, ich habe einen Imbar-Goldapfel bekommen. Boah, gesterben, du blöde Witch, ey. Du nervst schon langsam, das geht ja mal gar nicht. So für mich Herzen, ich habe einfach nur Angst, irgendwas zu machen. Okay. Insel, komm doch zu mir, hallo. Ich habe Angst, ich komme gleich, ich komme! Wow, ich wollte zu dir, Junge. Ich muss Leben recken. So, ich rette mich mal auch. So, zack, gerettet, ich bin auf der kleinen Insel. Aber irgendwie, also sie rettet schon, ja, aber im Normalfall kann man ja leicht runtergeschlagen werden, wenn man zum Beispiel so eine Schaufel wie ich hat gerade. Ich gehe runter einfach, danke. Auf der Goldapfel, sondern... Kennst du eigentlich schon den Spiel, äh, den Spiel, ja, den Spielmodi, äh, Smash? Ja. Ist ähnlich wie der, nur mit ganz anderen, etwas anderen Features. Den finde ich richtig geil eigentlich. Ja! Nein! Alter, ich hatte noch einen Goldapfel, was ist da los? Das hier findest du nicht geil, oder was? Doch, doch, natürlich! Der Creeper ist wieder passig. Aber wie gesagt, das ist fünfte Runde, die ich gerade zocke. Alter! Hm, ich hasste den! Geh weg! Ey, ich bin einfach too strong! Nein! Alter, beinahe, Alter, ich dachte schon, du schlägst mich hier runter. Komm her, komm zu Papa, komm! Komm, jawohl, ich dachte es mir schon. Geh weg! Was? Boah, Schummler hier! Weg da! Ich hab Enderperlen! Geh weg! Sind wir die Letzten? Ne, da ist noch einer. Achtung, mach den fertig! Mach den fertig! Ja! Der hat einen Geschwindigkeitsdrang geschluckt. Hier, geh weg da! Geh weg! Ich bin einfach zu schnell! Oh mein Gott! Zwei Skeletons! Jawohl, geht auf ihn los! Geh auf ihn los! Geh auf ihn los! Zeit so nett! Geh auf ihn los! Oh, regenerier das halbe Herz! Ich konnte nie mehr was sehen! Neun, hier hat gerade ein Witch-Pokeball, der hat euch alle f*** gemacht! Neun! Woher weißt du, welcher Pokéball das war? An der Farbe, welcher Pokéball das ist. Witch ist braun! Alter, ich bin gleich tot! Weg! Mein letztes Leben, Alter! Ich will das, wenn man so finalmäßig machen! Nein! Lass mich, Kev! Ich will Finalkampf! Nein! Im Finalkampf hat's dir jetzt ja beide getötet! Ich hab gewonnen! Oh Gott! Winner Chicken Dinner! Sag ich dazu nur! GG! Und wir sehen uns dann alle in der nächsten Runde! Also, bis dann! Macht's gut! Ciao, ciao! Bis dann! So! Und es geht unmittelbar weiter! Bada, beng, beng, beng! Wir warten hier in der Lobby auf die anderen Spiele! Oh, hier in 20 Sekunden geht's los! Peng, peng, peng! Boah! Die Lobby ist zu klein, aber wenigstens ist das auf diesem Server nicht so nervig wie bei Trouble in meinem Buch, aber man mal zwei Minuten warten muss! Ja, genau, ja! Stimmt! Oder bei EU21, da sind die 48 Spiele, da muss man sogar, glaube ich, vier Minuten warten! Einer leftet das Game! Müssen wir auf den nächsten warten! Komm ran hier! Wo ist er? Wo ist er? Ich schlag euch alle kaputt! In der No PvP Area! Aufgenommen! Totmacher! Ich mach dich tot, Junge! Wenn du weiterhin so dumm fragst! Lol, der heißt Dena Simon! Okay! Den Fail von Ungespielt und Dena in der Fusion! Alter! Ist doch gut so, oder? Dena Simon! Yeah, attack! Attack! So, noch zwei Sekunden, eins, los geht's! Okay, Spieler 4, Spieler 3 hier, so! Okay, was bist du jetzt wieder? Hm, hm! Ich weiß nicht, Witter ist gerade noch zu schwach, denn du Barber ist noch, den nehm ich nicht! Ich nehm einfach jetzt mal, ähm, die Spinne! Die Spinne? Äh, ich werde mir den, oh, ich weiß nicht, wenn ich den, so! So, welche Map wollen wir, welche Map wollen wir, Ice Castle! Peng! Äh, was? Ice Castle ist auch eine von mir neu hinzugefügte Map! Ach ja, okay! Kann man die eigentlich nicht mehr beschicken? Ähm, es ist möglich, mir Vorschläge zu machen, jedoch müssen die A, richtig guten Standard haben, Also, sie müssen richtig gut sein, also, falls auch Leute da irgendwelche Maps gebaut haben, von deiner Com, Unity oder so, ähm, gerne, wieso nicht? Ich kann mir ja das gerne mal anschauen. Nein! Ach, der Nachteil an der Spinne ist, die kann einfach nicht mit Enderperlen werfen. Hehehehe! Nein! Wow! Lass mich in den Bühnen, Junge! Nein! So, wo lang, wo lang? Äh, ich schieße mich gerade selbst mit meinen eigenen Potions ab, ist das geil? Nein! Nein! Alter! Geh weg! Also, es gibt ja auch unterirdische Tunnel, und wenn du unten bist... I was killed by a witch! Shit! ...teleportiert, das heißt, da gibt es ein paar Teleporter, ein paar Geheimgänge, ein paar Falltüren. Okay. Mann, ist der Creeper schlecht. Allerdings. Achtung! Pokeball! Pokeball! Na, schön in eure Richtung, die Pokebälle. Boah, scheiß Hexe! Die killt mich noch! Boah! Komm ich da auch rauf? Ja, wohl, ich komm da rauf. Hi, Kev! Mich kriegst du nicht. Kevinator! Du bist mein Nächster! Dein nächstes Opfer? Ja, aber hallo! Nächster mit Zwinger! Nein! Alter, geh weg! Geh weg! Geh weg! Oh, Mann! Ja, von hinten kam der auch noch, der hat mich auch weggeklatscht gerade. Ah, ne, ich hab dich gekillt. Rache ist süß, Baby, und nur süßer, wenn sie kalt serviert wird. Boah, mit dem Creeper kann ich voll nicht umgehen. Hey, den hat Simon hier. Da, den hat Simon. Stirb. Aua! Da, stirbt beide. Da, alle. Kev! Ja, ich bin ja aus der Range raus. Was haben wir hier? Ein Trank der Stärke? Nein! Jetzt hau ich dich raus, du. Boah, Trank der Stärke. Du machst so viel Damage mit einem Schlag. Alter, ich hab einen Goldapfel gegessen, zum Glück. Hast du gesehen, wie du Damage reinkam mit einem Hit? Wow! Nein! Nein, der hat mich runtergeschlagen! Hilfe! Oh, fuu. Nein! Du auch, okay. Na, schau, der Deiner Simon ist ja doch zu etwas gut, ne? Na, der hat halt den Enderman. Der hat halt Schärfe 3 auf seiner Waffe und die macht deswegen ordentlich Damage. Alter, nur noch... Null Herzen, tot! Ein Leben, glaub ich, hab ich noch. Ja, okay, ein Leben hab ich noch. Oh, Alter, wie viel Damage macht der denn? Hat der einen Stärke-Trank getrunken? Wow! Aber ich bin ja kein schlechter Verlierer. Uh, einen Goldapfel gefunden. Aber jetzt, mit dem Goldapfel, knall ich dich, Baby. Leider kann man nicht so weit werfen wie, wie, wie mit, äh, Bogen oder so. Alter, der macht ja richtig Damage. Muss ich mal sein, ich bin schon raus. Du bist raus? Oh, er ist raus! Der Käff ist aus, dem Spiel. Oh yeah, wow! Stirbt! Wow! Alter, hast du das gesehen? Der macht ja wirklich Hardcore-Schein, da muss ich mal seine Rüstung überdenken. Weil, da wird dann alles doch balanced. Hilfe! Lass mich runter! Nein! Shit! Ich hab richtig einen Rapid Fire grad gesehen. So, verdammt aber auch. Hey, Pokémon Trainer! Bist auch raus. Willst du auch der Beste sein? Rangliste, oh yeah. Rangliste, Jobkämpfer auf supercraftbros.de und hier, Premium, alle Infos auf supercraftbros.de slash Premium. Soll ich es? Schleichwerbung! Wer? Ich. Nein, ich hab nur laut gedacht gerade. Sind zwei Endermänner, es sind zwei Endermänner. Und, und, und? Und, und? Komm schon, es wäre so epic, wenn Dena Simon gewinnt. Nein. Oh, Dena Simon, jawoll. Und? Schau mal, was zeigen die Leben da hinten? Nee, eins jetzt noch an Leben. Eins, eins, ja. Okay. Komm schon. Das schaffst du. Attacke gemacht. Wer haut ihn zuerst raus? Komm schon. Nur? Komm, 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 komm. Der finale Kampf. Und? Nein! Oh, ich dachte schon, Dena Simon, die Fusion aus Felix und Simon, das... Nee, okay, dann nicht. Wie er sich freut. Ja! Und wir sehen uns in einer Sekunde. Bis gleich. So, es geht direkt weiter mit dem nächsten Game. Die Lobby ist instant voll. Oh yeah. Ich bin auch wieder da. Ja, immer noch die gleiche Folge. Attacke, Attacke. Und ich zeige den Geheimtrick. Ja, ich bin Spieler 3. Nein, ich wollte zwei. Oh man, jetzt bin ich eister. So, welchen nehme ich denn? Wither, Cactus, Enderman, Creeper, Zombie, Skelett. I gonna take the... Wer hat das starke Schwert gehabt? Wer war das? Enderman, ne? So. Gut, dann nehme ich mir Enderman, ne? Ein Enderman hat extrem viel Schärfe. Aber gegen Blaze kann er nichts machen, ne? Schaden ist drei, Alter. Was zur Hölle. Oh, Map ausgewählt. Hast du ne Map ausgewählt? Irgendein User, aber ist ja auch in Ordnung. Ach, das ist die Map, wo du mich immer runtergeschlagen hast. Nämlich auch ein Random Button. Der sucht dann random ne Map aus. Okay. Drei, zwei, eins. Welcome to the Trouble. Ich hab Angst. Ich hab Angst, aber sowas von... Ich sollte nicht runterfliegen. Das ist meine Angst hier. Ich darf nicht runterfliegen. Flieg nach unten. Stirb einfach. Du genauso. Help I. Tag drei. Stirb. Jawohl, tot. Von hinten. Einfach ballern. Ach, du bist es da hinten? Wie ich dich fertig machen werde, Herr. Aber zuerst kill ich denn da. Alter. Flieg runter. Jawohl. Ey, zwei gekillt. Yay, Liscario-Style. Nein, ich bin hier gefangen. Wie gefangen? Ich bin nicht. Aber jetzt. Alter, du schießt mich ab, während er mich attackiert hat. Flieg runter. Von mir oder was? Nein. Oh mein Gott, Kevin. Oh. Einfach nur beide, weil ich es kann. Ja. Weil du es kannst. Na, was ist das hier für ein Enderman? Oh mein Gott. Alter. Du hast eh keine Chance gegen mich hier. Geh weg. Verschwinde einfach. Oh yeah, und schon ist der nächste wieder passé. Passé. Alter, Kev. Nein. Was? Zweimal? Heulig. Der Bogen, Baby. Alter, zweimal getroffen. Ich bin tot. Was ist denn das für eine schlechte Rüssi hier? Mir gab die Fehlermeldung. Ich sneak jetzt wirklich zu viel. Aber das ist bei mir... Nein, geweck, geweck, geweck. Reflex zu sneaken. Alter, nicht runterfliegen. Lol. Was ist los? Na, wie es... Weil man am Anfang nicht gebrannt hat. Man hat die ersten fünf Sekunden gewisse Resistenzen. Aber ich stehe auch echt an der Scheißposition. Also, um mich zu treffen. Nochmal! Mann! Ich hätte nicht von meiner Campingstelle weggehen müssen. Nein! Hoch! Nein! Das hat nicht mehr geholfen. Ich war zu langsam im Schießen. Pink Base. Camp it. So, gleich nochmal. Ich werde gerade in Skywarn geschrieben. Oh, wie schlecht. So. Einfach... Wow! Alter! Geh nach Hause! War das mein größter Fehler wahrscheinlich. Oh, oh, oh! Rein da! Jawohl, ich bin drin. Lol. Wieso sehe ich nichts? Nein! Oh mein Gott, Kev! Das war dein größter Fehler, direkt vor mich zu kommen. Verdammt, ey! Nein, diesmal nicht, Kev! Runter! Runter da! Geh weg! Nein! Ja! Aber das ist halt das Schwache an Blaze. Also, wenn er einmal getroffen wurde, dann ist er weg. Also, sind nur noch wir am Leben, wir zwei? Ne. Da ist noch einer, da ist noch einer. Lol! Kleiner Fail am Rande, ne, würde ich sagen. Runter da! Komm, ich komm runter da! Ich komm runter da! Der hat schon gelieft, der hatte noch Leben, hat er Pech, aber da... Lol, der hat mich in Spinnennetz geschlagen, und somit konnte ich ihn nicht mehr schlagen. Ganz doof. Ich bin tot. Ah, ich bin nur noch gegen Totmacher, so wie ich das sehe. Ja, ich bin ganz raus. So, ich stelle mich mal auf beschäftigt, sonst werde ich durchgehend weiter angeschrieben. Ta-da-da-da! Beschäftigt! So. Weißt du, wie... Stossen! Und, 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 er lebt noch. Ja, natürlich, aber er kann mich nicht treffen. Weißt du, wie viele Aufnahmen ich schon am PC habe? Ich weiß schon langsam nicht mehr, welche zu welcher Aufnahme, zu welcher Audiospur gehört, ey. Komm schon, mach ihn fertig, du gewinnst. Ich wechsle einfach den Spot, habe ich einen besseren Winkel, Baby? Oh Mann, jetzt läuft er weg. Er läuft hoch. Auch nicht gerade besser. Und, 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 komm, stirb doch endlich. Wie viele Leben hat er überhaupt noch? Warte. Alter, der 2 oder du hast 2? Hast du 3 oder 2? 3, oder? Ich bin, ähm, Player 3. Du bist... Ja, du hast 3. Okay, passt. Na? Na? Guck mal, er kann mich nicht treffen, weil ich hochspringe. Ohne Wunsch. Und er ist auf seine Seite. Nein! Er hat mich mit der Bomb getroffen. Das Item, das ihn hätte als einziges retten können, das tötet nämlich einen Spieler direkt, wenn man das Item findet. Okay. So, das heißt, 2 Leben gegen 2 Leben. Bin gespannt, wer gewinnt. Mist. Er muss sich... Jawohl, er ist tot. Am nächsten würde ich jetzt mit dem GameMode herumfliegen und schauen, wer gewinnt hier. Er hat ja nur noch halbe Leben. Ja. Jetzt hat er noch ein Leben. Kann aber immer noch sein, dass du verlierst, ne? Ey, was passiert eigentlich nicht, wenn man da ins Enderportal springt? Wo kommt man dann raus? Auf der anderen Seite, oder was? Hier. Okay. Na, er spielt... Er sucht jetzt explizit die Bombe. Ich muss ihn daran hindern. Das ist nämlich der Fail. Das darf ich nicht kommen lassen. Alter, wie du triffst, ey. Aim-Bot, Junge. Jetzt ist er da oben. Ich weiß doch, wo man hin teleportiert wird, Baby. Nachkampf. Der hat so richtig ein Knockback 3, glaube ich. Jawohl, ja. Papi hat wieder gewonnen, würde ich sagen. GG. Ding, ding, ding. Du bist unfair? Skill, Baby. Skill. So, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir können euch bald auf den SuperCraft Bros. Server auch mal antreffen. Also, bis dann. Tschüss.